Die letzte Folge war noch kürzer als geplant. Dafür gibt es heute zwei Folgen. Aber ich... Sind wir auf Dantuin angekommen? Sind wir? Sind wir? Sind wir? Sind wir angekommen? Äh, das Spiel ist übrigens nicht abgeschmiert. Es ist mir nur, äh... Ich dachte eigentlich, es wäre abgeschmiert und dann ist es mir hin und... Äh, zwischen Vollbild und Fenstermodus hin und her geswitcht und dann war wieder alles okay. Ganz seltsam. Ja, ich muss das Spiel ja im... Warte mal. Im Fenstermodus spielen. Das ist, äh, ja. Äh, ich stelle das kurz mal nach. Bam, 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 bam. Mit ihr? Äh, mit ihr auch noch? Wie kann ich... Wie kann ich... Wie kann ich... Nee, das... Ich glaube, mit ihr haben wir alles abgeredet. So... Und mit Juhorni haben wir auch geredet. Wie kann ich euch... Mhm, mhm, mhm. Wie... ...nur... ...meist für ein... ...ja... ...kommt ihr so weit, obwohl doch... Komm... So. Ähm... Sprechen wir doch mal mit Salva. Obwohl... Er... Er wird uns nichts helfen können. Er wird uns sicher... Er wird uns wieder nichts sagen können. Äh, ich glaube, wir müssen ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, mit ihm bringt es eh nichts zu sprechen. Hier haben wir niemanden. Und... Hier haben wir... Da! Sascha! Ähm... Das hatten wir doch schon. Ähm... Ich frage mich echt... Ah, sind... Sind wir... Wie geht es denn? Wo kommt man denn nochmal raus? Ey, dieses Schiff... Dieses Schiff macht mich manchmal irgendwann... Manchmal irgendwann vor allem. Seht ihr, wie es mich... Wert... Wertig mit W macht? Ich bin schon völlig kirre. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir gelandet? Oh, komm. Komm, meine zwei Schätze. Wir gucken uns jetzt mal um. Bitte lass mich auf Dantoin angekommen sein. Ach Gott, Halleluja. Die Frage ist nur... Mit wem reden wir wegen dem Mädchen? Ich habe ein Mädchen gefunden. Könnt ihr damit was anfangen? Äh... Antwort. Auf meinem Schiff gibt es einen blinden Passagier namens Sascha. Ja, sie spricht nur bruchstückhaft Mandalorianisch, aber ich konnte sie verstehen. Sicher, ich bringe euch zu meinem Schiff. Na, mal schauen, äh... Was es das gibt. Ich... wie kann ich... Ich... ... Ich... Und... Das war Sascha. Okay, wir haben helle Seitenpunkte bekommen. Das finde ich sehr gut. Und wir können weiterfliegen. Aber ich habe Angst. Ich will nicht. Ich habe so eine Angst. Lieber nochmal speichern. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr hier gespielt. Hatte ich erzählt. War eine Aufnahmepause. Mein Finger hat sich beruhigt. Aber ich merke, ich entwickle wieder diesen zuckenden Angstfinger. Der immer zu F5 oder wahrerweise zu Alt F4 schnellt. Obwohl Alt F4 eher ein Horrorspiel. Ja, Wien. Wo gehen wir denn hin? Kashyyyk? Oder Korriban? Oder Tatooine? Ach, das waren wir. Manaan. Kashyyyk? Raumstation? Ne, auf Raumstation habe ich gerade keinen. Och, Korriban. Entweder. Kashyyyk oder Manaan? Komm, fliegen wir mal nach Manaan. Weil ich glaube, ich möchte gerne wissen, was sich hinter dieser seltsamen Nachricht verbirgt. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, lasst mich alle in Ruhe. Och Gott, sieht gut aus. Karst hat gerade eine sehr seltsame Bewegung gemacht. Oh. Madame hat wieder ein Albträumchen, glaube ich. Ich glaube, sie hat vom Zu-Bett-Gehen Nightmare on M Street geguckt. Und was kommt denn jetzt? Oh, es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Kann mir mal jemand sagen, was heute mit diesem Spiel los ist? Ich probiere mal was aus. Ihr bleibt mal dran. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme abstürzt, aber das werden wir jetzt sehen. Bup. So, sorry. Da wollte ich gerade ganz, äh, ganz geheim was essen. Und, äh, da hört Bastila einfach auf zu reden. Es kam mir so vor, als wäre die Sternenkarte unter Wasser. Ich werde Bastila gleich mal fragen, ob sie uns die Vision nochmal zeigt. Der größte Teil des Meeresbodens ist so gut wie nicht kartografiert. Auch von den einheimischen Zellkarten nicht. Aber wie sind Rewan und Malak dorthin gekommen? Sie waren Fische. Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen. Liebe Bastila, könnt ihr mir eine der Visionen erneut zeigen? Ich kann es versuchen. Was soll ich aufrufen? Die Vision, die wir auf Mana anhatten. Ich werde mein Bestes tun. Seid ruhig und erinnert euch. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das im Moment wieder, was das heute mit dem Spiel ist. Ich kann nur meinen Kopf schütteln. Ganz dolle. Ach, ich wollte mit Mission reden. Ich wollte mit Mission reden. Da ich sie im Moment nicht mitnehme, finde ich sie auch nicht, weil sie sich vor mich versteckt, weil sie ist böse auf meinen. Wo war er? Was ist? So, ich glaube hier. Mission, komm mal bei mich bei. Hey, was kann ich für dich tun? Weißt du denn gar nichts über den Planeten, auf dem wir uns aufhalten? Manaan ist der einzige Planet mit Koltovorkommen. Nur deshalb können diese Zilkath-Fischköpfe im Krieg zwischen den Sith und der Republik neutral bleiben. Sehr viel mehr weiß ich über Manaan auch nicht. Tut mir leid. Ich hätte dir wirklich gerne geholfen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich möchte gerne mit dir über deinen Bruder sprechen. Keine Sorge, meine Suche nach... Achso. Völk ist es. Okay. Hm. Ich frage mich, ob wir den irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Irgendwie wird es passen, wenn er sich auf Kashyyyk oder so rumtreibt. Nichts gegen die Wookies. Ich will jetzt nicht rassistisch sein. Was ist denn weh denn? Da mir der zweite Teil von Knights of the Old Republic deutlich näher ist und ich mich an deutlich mehr erinnere als an den ersten Teil. Muss ich sagen, erinnert mich, diese Stadt gerade sehr an Peragos. War das Peragos? Oder was? Ich weiß gar nicht. Nee, nicht Peragos. Wie ist denn die erste Stadt, in der man ist? Oh, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall die. Ihr Republikaner seid so erbärmlich. Ihr sitzt herum und stürzt euch auf die Brutkrumen, die der galaktische Senat fallen lässt. Das widert mich an. Die Senatoren arbeiten für das Wohl der gesamten Galaxis, nicht um sich selbst zu bereichern. Ha, lass ich nicht lache. Es ist das Los der Schwächlinge, von den Starken unterworfen zu werden. Und die Starken sind in diesem Fall die Sith. Ich warne dich, treib's nicht so bunt. Du könntest es sonst bereuen. Versuch's doch. Nur zuschlag mich vor all den Kameras. Es würde keine 30 Sekunden dauern, bis die Selkath über dich herfallen. Wer die Gesetze bricht, muss auch die Konsequenzen tragen. Aber du hast doch gar nicht den Mut, deinen Worten Taten folgen zu lassen. Solltest du je den Wunsch verspüren, dein erbärmliches Leben zu beenden, komm zu uns. Wir werden deinen Wunsch mit Freuden erfüllen. Der hat einen sehr seltsamen Helm. Ja, was willst du? Oh, verzeiht mir, Meister Jedi. Ich wollte nicht unhöflich sein. Richtig so. Ist schon in Ordnung. Nein, wirklich, es tut mir leid. Ich muss mich besser beherrschen. Wie die Jedi kann ich euch irgendwie behilflich sein. Du bist aber kein Jedi. Warum seid ihr über die Sith so aufgebracht? Auf Manan wimmelt es von Sith. Sie tyrannisieren die republikanischen Bürger und tun alles, damit wir die Gesetze brechen. Die Gesetze brechen? Die Selkath wollen ihre Neutralität wahren und setzen ihre Gesetze rigoros durch. Wir müssen die Demütigungen der Sith also ertragen, damit die Selkath der Republik keine Ausfuhrbeschränkungen für Colto auferlegen. Wenn das passiert, ist dieser Krieg nicht zu gewinnen. Was ist Colto? Ihr macht Witze, oder? Das wisst ihr nicht. Colto ist das stärkste Heilmittel der Galaxis. Ohne das Zeug wäre ich schon ein paar Mal draufgegangen. Natürliche Colto-Vorkommen gibt es nur auf Manan. Unsere Versuche, es künstlich herzustellen, sind bisher kläglich gescheitert. Also sitzen wir hier an der Oberfläche und kaufen den Selkath das Colto ab, das vom Meeresgrund an die Oberfläche sprudelt. Genau wie die Sith. Die Selkath wollen niemanden bevorzugen. Na super. Sowohl die Republik als auch die Sith sind hier. Die Selkath schlagen mit ihrer Neutralität zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie verkaufen das Colto beiden Seiten und verhindern dadurch die Eroberung ihrer Heimat. Tja, und außerdem drohen sie damit, die einzige natürliche Colto-Quelle zu zerstören, wenn jemand den Planeten angreift. Aber ich fürchte, sie unterschätzen die Skrupellosigkeit der Sith. Die haben die Unterwerfung der Selkath vermutlich längst beschlossen. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Hm. Hab... Ja, wir fragen ihn natürlich, ob er eine Sternenkarte gesehen hat. Natürlich. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch an unseren Gesandten Roland Wann. Wer? Er ist in der Enklave der Republik, gleich neben den Besucherunterkünften. Ich erkläre euch den Weg. Ihr geht von hier nach Norden, dann nach Süden, am Hafenverwalter und am ersten Hof vorbei, nach Osten in den zweiten Hof, dann nach Norden und wieder nach Osten. Habt ihr verstanden? Einen angenehmen Aufenthalt, Meister Jedi. Bitte was? Hab ich... Ich hab schon beim zweiten, äh, nicht mehr wirklich zugehört. Och, ich will auch so ein Ding haben. Ach, ist ja süß. Ich will auch so eins. Händler. Äh, ja. Erzähl mir von Arthro City. Erzähl mir von Mana an. Ich würde gerne etwas einkaufen. oder Ä 질문. Ja, Professor. Wie immer.